So, damit willkommen zurück bei Nox. Wir sind im Moment hier noch mit zwei Pokerkaspern vorbei hier mit dabei und plätten im Moment den ganzen Sumpf, würde ich mal sagen. Warum auch immer wir immer den ganzen Sumpf töten müssen, aber anscheinend haben sie es nicht anders gewollt. So, da ist noch einer, hurra. So, ich hoffe mal, die machen gut was hier. Ich muss mich mal ein bisschen heilen, wenn ich denn kann. Warte mal, da kann ich jetzt die andere Heilung nehmen. Ist dann hoffentlich ein Ticken effizienter. Anscheinend nicht. Wir fehlen einfach Mana. Das ist ein bisschen doof. Aber wir kriegen es hin. Das wäre praktisch, wenn die auch was futtern könnten, ne? Wenn die in dem Stil auch irgendwie einen Naum machen könnten. Das hätte was. Oh, das ist schnell tot. Das ging immer wirklich schnell. So bin ich nicht der Einzige, der hier am Futtern ist. So, wer will. Na komm. Du bist voll. Du bist jetzt auch fast voll. Okay, wunderbar. Deutlich besser als vorher. Ah, okay. Wir leben aber auch ein hartes Leben, ne? Die Typen. Ich komme hier einfach wieder zurück, oder was ist das? Ja, so fast. Okay. Da ist schon noch was, aber... Okay. Nichts Wesentliches scheint mir doch. Ne. Halt. Was ist da lang? Zumindest habe ich da so mit wieder einen, einen, einen Weg weniger, den ich eventuell gehen könnte, oder wo ich den Eindruck habe. Ich habe den vergessen. Also, das ist schon mal sehr gut. So. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwelche versteckten Sachen sind, oder sowas. Ich sehe das gefühlt auf der Karte gerade mal schlechter, oder es gibt... Oder es gibt einfach halt sehr viel weniger. Das kann natürlich auch sein. Oh, was ist hier los? Ach komm, die Schaffung. Das ist ja praktisch. Die beiden Kollegen. Was ist das praktisch? Ah, jetzt ist es hier offen. Okay. Gut, dass ich die Schalte nicht erst belegt habe. Lass mich da durch. Halt. Stopp. Ist auch nichts Mist. Okay, also muss ich unten lang. Alles klar. Also muss ich komplett durchs Dorf durchlatschen. Natürlich. Was auch sonst? Guten Tag. Na du? So, ob ich sterben. Der ist... Der ist... Der geht deutlich schneller kaputt als die Kollegen hier. Kann das sein? Ah, wobei der... Das dauert lang. Also, der ist... Der ist hart genug. Ah, ist ja schön, dass ich jetzt hier die... Also, dass ich mal ein bisschen bessere Beleitung dabei habe. Schon sehr viel wert. So, vor allem, wenn ich die heilen kann. Na komm, wo ist es? So. Okay, die Frage ist jetzt... Wo muss ich jetzt genau hin? Das ist wirklich mal die Frage. Kann ich das anzünden? Ne, na? Wo muss ich jetzt genau hin? Das verrät mir die Karte gerade mal nicht mehr. Okay. Ich glaube, Landschaft kann nicht kaputt gehen, wenn das nicht vorher quasi erkennbar ist. Von daher hätten die Explosionen auch nichts gemacht jetzt. Okay, wunderschön. Ja, toll. Jetzt wurde direkt verbraucht. Na geil. Ich habe auch keine Heiltränke mehr. Ich habe gar nichts. Das ist das Problem an der Gegend hier. Dass die dann noch ein bisschen... Ein bisschen fordernder ist. Aber wo muss ich denn jetzt lang? Mal ganz ehrlich. Da drinnen war jetzt ja nur der Stab anscheinend. Warte mal. Da muss ich mal gucken, wo man hier denn noch lang konnte überhaupt. Ach ne, hier. Natürlich. Ja, wow. Hurra. Die Musik passt schon mal. Die Musik ist schon mal gut. Und es wird dort gespeichert. Und irgendwas grummelt da vor sich hin. Au. Okay. Ja, okay. Die kriegen das hin. Okay. Das war ein bisschen knapp, aber es geht. Oh, da geht mein ganzer Mann halt drauf. Sehr gut. Habe ich mir genauso gewünscht. Okay. Ist hier noch was drinnen? Oh, was ist denn für ein Stab? Stab der Verwirrung und der Kollision. Aha. Warte mal. 15,98 Schaden. Konfusion. Äh, Konfusion 1. Stoßstupe 1. Was habe ich... Wie viel Schaden mache ich jetzt gerade mit dem Ding? Ne, okay. Insgesamt 27 Schaden. Aber was mit dem Verwirrung ist natürlich auch nett. Da stirb. Ich glaube, ich glaube nicht hier die... Was ist denn das überhaupt? Habe ich das jemals getrunken? Der Apfelwein? Okay, jetzt habe ich den getrunken. Ja, das war eine blöde Idee. Ah, was ist denn da los? Au, au, au. Das Zaubern ist dann in dem Moment echt blöd. Von irgendwie... Von Angriff zaubern. Wenn meine Kumpels da genau in dem Moment stehen. Ah, ist echt blöd, weil der macht halt nix. Ah, jetzt geht er mal raus. Aua. Zeit, nicht aufdrehen. Ich muss mich mal jagen lassen. Äh, jagen. So. Mal gucken, ob das funktioniert. Wahrscheinlich sterben die gleich. Au, okay. Ich brauche Mana. Ah, lass mich weg. Welcher von denen ist das Böse? Der, der stirbt. Okay. Das ist auch uncool jetzt. Ich brauche unbedingt Mana. Da ist keine Mana, das ist eine Spinne. Und die tötet mich vielleicht. Ja, vielleicht doch nicht. Jetzt ist die Frage, was die jetzt genau jagen, ne? Uh. Uh. Uh, 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 uh. So. Zack. Das ist natürlich mit den Fässern ein bisschen blöd. Ne, hier neben. Aber das geht. Ich hätte es auf der Karte gesehen, dass es da... ...weiter geht. Der hängt da drin, oder was? Wow. Okay, das war knapp. Alles knapp. Äh, klar. Vielleicht sollen die doch nicht mehr jagen. Vielleicht sollen die lieber jetzt doch bei mir bleiben. Warte, 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 warte. Es geht ja. Ja, so oder... Genau so ein bisschen, dass der in der Tür stehen bleibt. Okay. Ich kriege eine ganze Menge Zeug, aber ich hätte gerne... ...ich hätte gerne irgendwo eine Aufleitestation. Na, na? Okay. Äh. Äh. Puh. Muss ich halt sterben, oder was? Gibt es da einen Schalter? Warte mal. Ach. Ach, wenn da jemand draufsteht, dann ist es aus, oder was? Nee. Geh nochmal weg. Okay. Es geht eine gewisse Zeit lang, ist es, ist es, wenn man da drauf geht, aus... ...ne, ist es an anscheinend. Ah, ist ja geil hier. Zumindest glaube ich jetzt, dass es geil ist. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Zumindest verändert sich der Raum, das ist gut. Das finde ich denn sehr gut. Hier verändert sich noch mal. Ah, okay. Ja, da ist er tot. Aber es war noch vorübergehend, ne? Zeitlich jetzt. Ist er fies. Da ist zu. Da ist sowieso zu. Okay. Das heißt, ich muss jetzt hier rüber, oder was? Da ist ein Schlüssel. Na, komm. Warte mal, die bleiben bitte hier stehen. Ich würde das knacken halt komplett links. Aber da ist nichts weiteres sonst, ne? Uiuiui. Hurra. Ähm... Die lasse ich mal da. Die werden immer schneller, ne? Weil die machen nicht so viel Taten. Aua. Das heißt nicht, dass ich nicht langsam gehen sollte. Ah, okay. Äh, komm mal mit bitte. Eskortieren. Weil die haben beide volles Leben. Das ist schon mal ein guter Anfang. Oh, der ist tot. Oh, der ist auch tot. Mist. Ah. Ah. Halt. Äh, da. Nimm mit, die Quatsch. Du auch. Wunderbar. Ist ja gut, dass ich die anderen freigelassen habe vorher. Damit ich die jetzt haben kann. Du kannst auch mal weg. Den übernehme ich auch noch. Alles klar. Da geht's runter. Okay, möchte ich gar nicht mal. Noch nicht. Wow. Diese Menge an... Ich wollte gerade Fruchtfliegen sagen, aber es kommt ungefähr was gleiche raus. Macht einen ähnlichen Schaden. Oh nein. Böse, flatternde Fruchtfliegen. Aus den dunklen Räumen. Hahaha. Aber puh. Endlich Mana. Aber will ich da runterfallen jetzt? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, was ich davon habe. Okay, man kann wieder hoch. Alles klar. Dann sollte es nicht so furchtbar sein. Okay. Da geht's noch weiter runter. Äh, okay. Das ist doch nicht so geil. Mein Kumpel ist tot. Mist. Mist, Mist. Ich brauche Mana. Ah, Mist. Muss ich mir selbst welche beschwören? Oh nein. Wie konnte das passieren? Dass es so weit kommen könnte. Ja, da ist noch irgendjemand. Statt. Juda. So, tot. Ähm, okay. Was hätte ich denn gerne? War ja gar nicht mal schlecht hier mit den, ähm, nicht-Trollen. Pogalord. Was ist denn jetzt los? Ah, Moment. Ich muss mal kurz neu starten. So, da bin ich wieder. Und werde angriffen. Aber wenn ich aus dem Spiel rausgeskippt. Weil irgendein Pop-up kam. Und das Problem ist, dass das Spiel danach geflackert ist wie sonst was. Deswegen, äh, jetzt muss ich gerade mal neu starten eben. Aber machen wir weiter. Ähm, ich brauche Mana. Das alte Problem. Ich hätte, ich hätte gerne wieder den Ogre Lords. Der Name ist, wenn wir sind blöd, aber hey. Und da bin ich nicht genug Mana. Och Mann, ey. Warum ist immer so wenig? Obwohl das zwei Stück eigentlich schon sind. Zwei Aufleiterstattungen selbst. Das ist zu wenig. Ich gucke einfach mal um die Ecke, was hier so ist. Aha. Ein Skelett. Ich gucke mal, ob ich hier halt weiter müsste. Nicht, dass das da unten so schön weitergeht. Und dann frage ich mich die ganze Zeit, ob ich hier oben was verpasst habe. Aber bisher sieht es nicht so aus. Aber noch ist die Gegend auch noch nicht zu Ende hier. Und ja, der Stab macht schon ganz gut Schaden. Aha. Oh, Aufladung. Okay. Da geht es auch nochmal runter. Und da geht es auch nochmal runter. Ah, ne, geht es hoch. Okay, warte mal. Gibt es jetzt verwirrend hier, oder was? Das geht doch nicht. Das kann doch jetzt nicht verwirrend werden hier. Ah. 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 Alles klar. Okay. Das kann doch verwirrend werden. So, wunderbar. Jetzt habe ich hier wenigstens genug an der Energie. Das braucht echt fast alles, ne? Das ist krass. Um nicht zu sagen enorm. Da fällt er runter. Sehr gut. Na, Mist. Alles klar. Alles klar. Oh, wir sind jetzt neue. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich gehe nochmal hoch. Und heile mich dann nochmal auf. Äh, ich lade mich nochmal auf. Mit Mana. Muss ich weniger lang warten. So. Schwüppchen. Haben die volle Dröhnung. Okay. Aber es scheint mir, als ob es hier oben weiter geht, ne? Scheint mir sehr so. Das heißt, ich gehe erstmal nochmal nach unten. Ist ein bisschen langwierig. Aber hey, ich hätte gerne alles möglichst mitgenommen. Und möglichst gesehen. Da kommt es auf die paar Minuten dann auch nicht mehr an hier. Dass ich da nochmal extra runterlatsche. So. So. So, hier gucken wir an den, ne? Hey, die olle Ratte. Ja, ich mache die Maus. Warte, 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 warte. Und dann trifft er nicht mal. Wo sind meine Kumpels? Wo sind meine Kumpels? Ich finde das nicht gut. Sollen wir nicht folgen da? Da ist er. Jagen. Nicht oben jagen. Hier unten. Nein, es mutieren. So. Ich würde da gerne jetzt irgendwie, dass die da aufräumen. Hätte ich durchaus gerne. Na, fallt da rein. So, sehr gut. Der nimmt ein bisschen Schaden. Der ist tot. Mist. Ist er auch gleich tot? Warum frisst du so viel Schaden? Warum kriegen die so viel Schaden da unten? Ich finde das nicht gut. Und ja, ein bisschen heile ich mich selber. Das liegt an der, äh, an der Kleidung. So. Na, okay. Das ist, das ist recht effizient vom Heilen. Okay. Ich möchte trotzdem nicht gerne alleine, äh, alleine sein da unten. Von daher muss ich ganz kurz warten mal eben hier. Bis er aufgeladen ist, jeder. Hm. Das ist ja doof. Also gleiches Problem wie eben auch. Aber wenn da so viel los ist, dann muss da ja was Tolles sein. Hoffentlich. Wehe, da ist halt gar nichts los, ne? Aber wäre ja schwerst beleidigt. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich nach oben halt muss. Und nicht da runterfallen muss. Ich weiß nicht mal warum, warum ich das glaube. Wahrscheinlich, weil das da oben weiträumiger, weitläufiger ist. Das vermute ich mal. Gleiches? Jops, reicht's. Ah, okay. Ich hätte trotzdem noch ein bisschen was, um mich auch zu wehren. Na, das ist ein bisschen noch. Verlangsamen kann ich dann zumindest. Oder ich werde dann einfach übernehmen, wenn das dann geht. Wenn einer gestorben ist. So. Ich hoffe, die kommt diesmal ein bisschen sinnvoller mit. Ganz kleines bisschen. Spächeran. Okay. Ich mache nicht wirklich was sinnvolles, ne? Kann das sein? Habe ich nicht den Eindruck zumindest. Was andere sind einfach nur so viele. Ach, das war nicht, das war nicht mehr meiner. Wo war der meiner dann? Ungeil. Das ist aber noch ein ganzer Batzen an Leuten, ne? Das ist jetzt schon wieder nicht meine. Mist. Der eine schon, ja. Was? Der Wolf, oder was? Och Mann. Ich habe aber genug Mana zum, zum, äh, zum Übernehmen der Leute. Das geht an sich. Ich muss noch ein bisschen mehr selber kämpfen hier. Da ist er oben. Okay. Äh, wunderbar. Übernehmen. Wolfi ist halt trotzdem doof hier. So, haut ihn bitte. Jetzt, äh. Fantastisch. War auch überhaupt nicht anstrengend. Hurra. Ey, was für eine schwere Geburt jetzt. Ich hoffe, die Wurfdinger, äh, wiegen nicht viel. Ja, Gewicht 5. Das ist gut. Dann kann ich da einen ganzen Basten, äh, ganzen Stapel vor mitnehmen. Halt. Au, das ist zugeschlossen. Aha. Guten Tag. Bitte lass mich nicht sterben. Okay, die Frage ist, was ist jetzt hier unten? Gold. Okay. Eine ganze Menge Gold sogar. Noch mehr Gold. Und noch ein Gegenstand. Der vielleicht total toll ist. Hoffentlich. Eventuell. Wenn nicht. Können wir den angucken, ne? An der Armbrust. Äh, ja. Ach komm. Armbrust muss ich jetzt nicht unbedingt. Die Frage, hat sich das jetzt gelohnt? Wahrscheinlich, ähm, vielleicht. Für den Stolz. Für den eigenen Stolz so ein bisschen. Dass ich jetzt sagen kann, ja, ich hab's geschafft. Dafür ist es glaube ich ganz gut. Okay, mal gucken, ob die nachkommen hier. So richtig sicher sein kann man sich da gefühlt nicht. Ob die feinen Herren denn mal den Weg finden. Von der Geschwindigkeit sind die ja ganz passend. Da geht das ja. Aber wie gesagt, Vermutung war jetzt richtig. Dass man hier oben lang muss. Es ist halt einfach mal der weitere Weg. Gefühlt, äh, gefühlt gibt's. Ah. Äh. Wo sind meine Kollegen? Au, miss. Warum? Ach so. Das ist natürlich praktisch hier mit den Stacheln. Oh, das ist natürlich doof. Ah, okay. Wie, ich hab nicht gespeichert danach? Bin da schlau. Also die Stacheln sind da, um die Mimics dann quasi zu, 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 zu entfernen wenden. Da oben. Ich will da trotzdem mal rein. Aber ich fand das ganz lustig gerade. Ach, hier ist noch ein Nebenraum. Den hab ich gar nicht gesehen. Äh, was ist das für eine Kontrolle? Wahrscheinlich für die Ogalords. Ogalords, okay. Schade. Also schön, dass ich die schon hab, aber schade, dass ich die schon habe. Schade, dass mir der Fund halt nix bringt.